herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die ht100 box von hirntod records alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung ht100 von hirntod records das ganze aus dem jahr 2016 wir haben hier eine dunkelrote box mit goldenem aufdruck hier oben haben wir einmal den schriftzug hirntod records darunter das logo des labels die sturm maske und hier unten dann auch ein schild auf dem wir ht100 lesen sieht aus wie so eine gold plakette wegen so eine zimmertür so eine zimmernummer in einem hotel und hier haben wir dann auch noch zwei schrauben links und rechts die hier reingemacht wurden also tatsächlich wie so eine holztür mit so einer gold plakette dann haben wir rund herum also hier an den kanten auch noch mal einen goldenen rahmen hier unten lesen wir distri rechts hirntod records ht100 oben nochmal das hirntod records logo und hier dann auch noch mal hirntod records ht100 hier haben wir dann auch noch zwei scharniere die dann diese holzoptik noch etwas verstärken boxinhalt album album instrumentals bonus ip flagge dog tags autogrammkarte und poster dann haben wir hier noch die credits und einen barcode sehr schön es ist eine club box bedeutet wir machen das ganze hier auf der seite auf und dann kommen wir auch schon zum inhalt wir haben hier einmal das album an sich die flagge die instrumentals zum album die bonus ip dann die halskette also die dog tags und ein poster und eine autogrammkarte so die box von ihnen weiß wir klappen das ganze mal wieder zu und startet mal hier mit der folie denn wir haben hier die fahne und auch diese halskette noch in folie eingeschweißt so einmal zweimal so und dann kommen wir zum album also wie immer starten mit dem album an sich so sieht das aus hirntod records ht100 kurze info zu diesem album hirntod records feiert zehnjähriges jubiläum und zwar haben sie das hier mit diesem album getan und nicht nur das sondern es ist auch zeitgleich das 100 album über das label das 100 release und daher der titel wohl verdient ht100 das ganze kommt in einem regulären und wir haben hier die hauptakteure von hirntod records abgebildet unter anderem wen haben wir hier also wir haben hier niles davies blockmonster schwarz racco pervers usi und ja ich glaube das war soweit hier dann noch die hirntod records präsentiert die schrift hier an dieser in diesem balken an der seite hier dann auch noch mal und auf der rückseite haben wir dann die tracklist wir haben hier 14 tracks an der zahl die von den diversen interpreten hier stammen also vom ganzen hirntod camp hier diverse tracks zusammengekommen 14 insgesamt auch hier wieder ein barcode dann schauen wir mal hinein also ja wohl einmal hier blockmonster und schwarz und es sieht so aus ja wohl also wir haben hier die infos zu den einzelnen tracks wer hat das ganze gerappt und wer hat das ganze produziert also wie ihr sehen könnt waren hier wirklich jede menge hirntod rapper beteiligt ja dann haben wir hier noch pervers und usi so sieht das aus und hier dann noch racco niles davies jawohl so muss es sein hier gibt es noch die infos zum album also die credits und so sieht das dann auf der rückseite aus also man könnte dann das hier eventuell auch als wende cover verwenden dann haben wir hier die album cd in schwarz und gold hier dann wieder mit der maske so dann haben wir zu dem album die instrumentals die kommen in einer papphülle vom cover her ident wie auch das album 14 tracks ergeben in diesem fall dann 14 instrumentals so sieht dann die cd aus und dann haben wir noch eine weitere papphülle und hier haben wir dann die bonus ip die da nennt sich dekade des schreckens und hier haben wir dann noch neun tracks mit drauf wobei man sagen muss wir haben hier vier bonus tracks und dann noch fünf remix varianten also dann insgesamt neun tracks hier dann auch gleich die interpreten plus beat produzenten mit angeführt jawohl also ebenfalls in einer papphülle dann haben wir die dog tags die wie ihr sehen könnt bei mir irgendwie ja ok das ist auch interessant ich schätze das ist da ist irgendwas schief gegangen und zwar wir haben hier einmal eine reguläre so eine halskette mit dem gängigen verschluss ihr kennt das einfach hier diese kügelchen diese perlen hier einführen und dann entsprechend zu machen allerdings dachte jetzt dass meine gerissen wäre aber das dürfte von einer anderen kette stammen also das brauchen wir soweit nicht mehr die hier reicht vollkommen aus um das ganze dann zu tragen und wir haben dann hier natürlich zwei dog tags mit dabei und zwar einmal hier die hirn tot soldat das ganze ist dann hier so entsprechend geprägt also hier zu lesen und auf der anderen haben wir dann das logo von hirn tot records die sturmmaske und da kann man sich natürlich entscheiden ob man dann wirklich beide so aufeinander geben möchte oder ob man nur eine davon trägt das könnt ihr natürlich machen wie ihr wollt so dann haben wir eine autogrammkarte und was mich hier besonders freut dass man es hier geschafft hat einige zusammenzufangen also wenn ich es richtig identifizieren kann dann hat hier oben links einmal racco unterschrieben rechts dann schwarz hier in der mitte dann block also block monster und das hier dürfte dann die unterschrift von nils sein also niles davis der auch hier ganz rechts platz genommen hat bedeutet unter anderem pervers und usi haben hier nicht darauf unterschrieben aber ja vier unterschriften ist auf jeden fall eine ansage und auf der rückseite lesen wir hier in trug records sammelkarte 100 hirn tot poste 2016 april 2016 auflage 2000 stück ok ich gehe jetzt einfach mal davon aus wenn diese autogrammkarte auf 2000 stück begrenzt war dass eventuell auch diese box hier auf 2000 stück limitiert war dann gibt es auch noch ein poster und hier haben wir dann hirn tot records mit umfeld also da sind echt jede jede menge leute mit dabei hier unter anderem in der mitte chris leff von rough fiction der auch schon viele sachen mit hirn tot gemacht hat oder hier kennt man auch mc boogie also hier sind echt einige mit dabei die sich hier um ein feuer also so ein tonnen feuer versammelt haben zwei tonnen stehen hier scheinbar in brand also einseitig bedruckt im querformat und als letzten boxinhalt haben wir dann noch eine fahne mit dabei und die ist echt groß so und diese fahne ist in schwarz und rot gehalten also rein von der farblichen gestaltung gefällt mir das schon mal richtig gut wir können hier dann das logo erkennen von hirn tot records und zwar hier diese sturmhaube mit den flügeln links und rechts oben lesen wir hirn tot darunter dann records ansonsten hier noch diverse blutspritzer aber sonst alles in schwarz gehalten und an allen vier ecken haben wir da noch wo haben wir es hier an allen vier ecken haben wir noch hier so metallösen so metallringe die entsprechend vernäht wurden also man kann diese fahne dann auch wirklich entsprechend aufziehen auf seile auf schnüre und dann entweder an dem fahnenmast hießen oder an der wand aufhängen ganz wie man möchte die ist echt riesengroß und schwarz-rot sieht echt gut aus jawohl das war soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was hier alles in der box befindet einmal die eben gezeigte flagge dieser hirn tot records fahne dann die halskette inklusive der zwei dog tags diese zwei hunde marken die bonus ip dekade des schreckens mit neuen tracks die instrumentals zum album die autogramm karte im querformat mit vier unterschriften sowie das poster einseitig bedruckt im querformat und natürlich das album an sich mit 18 tracks nein 14 14 tracks womit wir dann auf insgesamt 27 tracks kommen jawohl das alles in dieser wunderbaren box ht 100 von hirn tot records mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr hirn tot records unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao